In meinem ABA Campus Workshop können Teilnehmer lernen, wie sie klar und deutlich formulieren und es gibt auch ein paar Tipps, die sie in verschiedenen auch kritischen Situationen anwenden können. Ich versuche in meinem ABA Campus Workshop mit Fallbeispielen aus eigener Erfahrung, den Teilnehmern einiges beizubringen und ich merke dann, dass die Teilnehmer auch animiert sind, aus ihrer eigenen Erfahrung Beispiele zu bringen. Das macht das Ganze praxisnah und wie ich finde, kann man dadurch auch sehr viel für die tägliche Arbeit mitnehmen. In meinem ABA Campus Workshop gebe ich vor allem drei Tipps mit auf den Weg. Konzentration auf das Wesentliche, Einstieg mit einer zündenden Idee und insgesamt bieten sie ein Bild, das dann zeigt, sie haben wirklich was zu sagen.